Ich frage, ich bekomme auch echt richtig oft so Anfragen, ob jemand meine getragenen Schuhe oder Socken kaufen kann. Du auch? Ja, voll. Oder wirklich mal vorbeikommen und die Füße lutschen oder so. Du nicht? Nur ich? Ey, für wie viel Geld würdest du das machen? Nein, ich würde das für gar kein Geld machen. Eine Million. Nein, von jemand Fremden? Eine Milliarde. Also von wem jetzt? Von jemand, den ich mag oder so? Würde ich sagen, ja komm, hier nimm mal in den Mund und dann... Von Lenny. Lenny, du darfst, wenn du willst. Okay.